Ich gehe kurz zur Info und frage, wie es aussieht. Wie sieht es aus? Siehst du den Baum mit der 2 drauf? Ja. Dahinter liegt einer. 2 Meter, 3 Meter weiter links ist auch ein relativ dicker schwarzer Baum. Ja. Da ist auch einer. Okay. Direkt da wo der Baum mit der 2 ist, da liegt einer und der Baum links daneben, ein bisschen nach hinten versetzt, da liegt auch noch einer, da kommst du nicht durch. Siehst du? Ja, genau. Das war doch das, was ich gesehen habe. Keine Sorge, ich verpasste keine in den Hinterkopf. Ne, ich habe mich nur erschrocken, weil es genau in dem Ohr war. Sorry. Dabei ich meine sogar noch leise. Alles gut, ich bin. Kommst du mit ein bisschen nach links? Wir enden, wir enden 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 Achtung! Geht's an, deploy the bipod! Deploy the bipod, suppressing fire! Don't move here! Adjust your fire, adjust your fire, bipod down, go! Markus, du hast die erste Strecke? Ich kann Schwab, ja. Ja, du siehst, auf der blauen Container? Oh ja, in der Körner. Ja, kannst du ihn holen? Let's try. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Du bist okay. Keep it up, keep it up. Okay, I will move to Connors. Okay. Okay. Let's go. Okay. Hey! Ja, mit 210 fps geht es nicht weit weg. Das ist alles klar, ich muss es rausnehmen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.